Hallo zusammen, Maya307 hier. Das ist heute ein ganz besonderes Video, denn ich habe festgestellt, ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr schon BookTuber. Dieses kleine Jubiläum wollte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, euch allen meinen Abonnenten und Zuschauern ein ganz ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Ich habe mir gedacht, ich lese jetzt mal alle meine Abonnenten vor. Da hätten wir zum einen den XXWKXX, den Fußball Thomas, Straight Up Knife, Literatur Cocktail, The Willy Weasel, Ruben Norben, Super Malacan, Bücherbiener, Waschbier-Dachsmilch, einer meiner fleißigsten Kommentierer, danke dafür. Pennylea67, Jovanovic, Smalas Buchschnack, FootballXXL1, 78Alina, du warst ja einer meiner allerersten Abonnenten, vielen Dank. Ludwig Beckert, Julia List, den Killbook Slyka, Timmelpimmel123, auch ein sehr fleißiger Kommentierer, danke dafür. Buntstiftn1, Lillas Sister Lilla, den Mr. Bookaholic99, und last but not least, Leander Valentine, meines Erachtens ehemals Hörnchenschädel. Auch du bist ein sehr fleißiger Kommentierer bei mir, danke. Und jetzt habe ich mir noch eine kleine Aktion mal wieder überlegt. Ihr dürft mir jetzt in den Kommentaren unter diesem Video Fragen stellen. Was interessiert euch an mir? Was wollt ihr von mir wissen? Schreibt es mir unter dieses Video. Bin schon sehr gespannt, was da an Fragen kommt. Ich werde diese Fragen dann in einem separaten Video für euch beantworten. Übrigens, das Problem mit meinem Laptop, was ich im letzten Video erwähnt habe, hat sich zum Glück schon erledigt. Ich habe jetzt ein neues Notebook bekommen, und zwar eins von Toshiba. Bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ich kann jetzt auch wieder quasi richtig loslegen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Rezensionen wieder mal vorgedreht. Die werden dann die nächsten Tage mal online gehen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Maya3007. 3407.